Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gibt nun grünes Licht für den Abwurf von dringend benötigten Hilfsgütern über dem Gazastreifen durch die Luftwaffe. Der SPD-Politiker erteilt am Mittwoch einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr. Aus dem Militär waren zuvor bereits entsprechende Vorbereitungen bestätigt worden, bei denen in Frankreich stationierte Transportflugzeuge der Bundeswehr eingesetzt werden könnten. Den Menschen in Gaza fehlt es am nötigsten. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen, teilt Pistorius mit. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Bundeswehr in der Luftbrücke für Gaza, die von Jordanien initiiert wurde. Auch andere Partner wie die USA oder Frankreich beteiligen sich an der Initiative. Der Einsatz könnte demnach bereits Ende der Woche beginnen. Die Lage der Menschen in dem Küstenstreifen ist Hilfsorganisationen zufolge zunehmend verzweifelt. Nach UN-Angaben droht eine Hungerkrise, wenn die Hilfslieferungen per Lastwagen nicht ausgeweitet werden.